Ah, so ein toller Tag heute. Miau. Hast du Hunger? Ja, hast du Hunger? Miau. Ja, aber schön essen. Ist hier Herr Star? Nein, hier ist Patrick. Patrick, komm mal raus. Hallo Spongebob. Das Wasser sinkt. Vielleicht ist es Ebbe und Flut. Das ist eine gute Idee. Was für eine Idee. Ach egal, ich muss auf Arbeit. Patrick, das Wasser, wir können gerade noch stehen. Jungs, das ist Ebbe und Flut. Die entsteht durch die Anziehungskraft des Mondes und der Sonne auf die Erde. Diese Kräfte sind so gewaltig, dass die Wassermassen rings um die Erde bewegen. Ist das gefährlich? Nee, nee, das ist nicht schlimm. Das Wasser kommt bald wieder zurück. Hat wer was zu essen? Los, komm. Ab in die große Krabbe. Jo, essen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020